herz willkommen liebe leute zum neuen part von let's play go we casen alter zeug dir mal das geile stadt im stadtresort an wir machen das stadtresort also das einfach mal von verschiedenen großen städten einfach nur gekupfert worden einfach nur geklaut worden und zusammengefasst sieht aber cool aus das ist tatsächlich mein highlight so willkommen im stadtresort ja das nehmen wir doch mal gerne an die ist willkommen hawaii kreis hat aktivität inklusive motorsport das langweil ja diese sagen ein bisschen was sie über die generale stadt und den interesse hier neu sind die aufs geld zum was erst ein bisschen um hier ich tue erst mal alter wenn ich mir klamotten anziehen bitte solltest du erst mal um ja ich will nein bbb heute erst mal um die klamotten ich will ja nicht so schwule klamotten tragen es ist einfach einfach das prinzip ok also dann zieht er es erst mal um ich pack das nicht wenn man sich so hässlich an zum game alter warum und holt dich wieder mit dabei das ist ja schon wieviel kleidung ich habe ja erste mehr fragezeiten alter man siehst du das das sieht geil aus genau ist das jetzt die ganze zeit noch hatte das jahr ist es denn anderen sachen auch andere kleidung tragen oder was da muss man was ich finde es nicht schon mal das ist es nicht das ist auch nicht das ist auch nicht schon alter scheiße kann man sein mit dem video spiel das ist egal was dann erst ich muss sagen sie haben geile schuhe hier die sehen einfach am besten aus ich habe meins wieder gibt es nicht mehr so viele kopfbedeckungen nur kacke nur kaka scheiß wird nur noch brillen schauen egal nein drinnen haben sie weniger drinnen haben sie weniger so okay es ist gar kein sinne gibt nur man kann aus bei skateboard besser ich hatte einfach keine zeitmals auszuwählen wie in alten muss und machen also fahrrad das geht im renneranzug alter nur so geht's ich bin mit meinem ganz zufrieden ich gehe dir mal zur ersten aktivität machen konnte hinten haben wir sie ja schon und mir erfolgt mir aufs rettung tipp das dreimal sehr schön schauen was ich kann gesehen ja mann habe ich nicht gerade eine aktivität gesehen da kann man essen essen es tue es auch gern was haben wir erst mal da aber vor allem das blinken ist halt ganz dahinten siehst du es da seid ihr jetzt hinbegeben natürlich falle ich jetzt erstmal runter hier gibt es alles wenn man nicht so dumm ist und runter fällt ja egal ist gerade erstmal aus dem ort wo wir eigentlich hin sollten das ist in diese richtung gehen findet zurecht zu fast wenn ihr dann geht es nur bis erstmals von eins hin müssen zwischen das ist das hier und stammt bei mir hier ganz ist das hier wenn die das mal das mal ist in der zeit mal bis später weil wir müssen oder es fahrt ist gerade zum roten gegen den was wir hier haben wählen wir mal aus hier motor fest genau da müssen wir hin und was das ist hören wir uns an da steht überhaupt noch voran denke ich mal auch halt mir dann warte mal den rennen kann man auch von hier aus so sehen was zeigen ist was du kannst bist du das soll so dass die mir auch so integrieren integrieren ja danke kann ich mal das fressen integrieren die ich weiß halt echt nicht was du meinst achte sich so zu trocken ja ich alle einmal zu einem ersten wochen mit welchen es sind die es untertaste ist aber keine perspektive ändern das heiße ich bin auch dagegen gefahren und das kommt ich vermute man sollte erstmal aufbauen und nach einer geraden Strecke sollte man das hier machen sagt er ein Profi ja natürlich also ist es einfach viel geiler ich fühle mich zu viel geiler als das fliegericht ist ich bin dritter aktuell ich bin vierter ich bin fünfter jetzt vierter ich bin ein behind you ein behind you du bist gleich dass ein arisch englisches Wort ist ich bin dagegen gebrettert ich bin mehr spannend als daneben wirklich ja ich bin ziemlich sicher wui 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 bei jedem perfekten Rennspiel immer nebenbei Sonic Racing konnte man auswählen zwischen zwei drei bis fünf ja komm das ist kein Rennspiel mann doch er kann man auch sagen Marokadis kein Rennspiel ja scheiße Mario Kart ist ein Kinder Rennspiel ist auch kein richtiges Rennspiel wenn du es vor siehst wenn man erst rechtliches Rennspiel was gespielt hatte ja dass das nennt man Rennspiel oder Forza oder äh GT ähm New York New York Racing gibt es da noch und wie heißen das ähm das andere so eine ganz viel ähm ähm Greg Dressma ne das meines nicht dieses ähm ich bin erster ich bin erster ich bin erster ich bin erster ja lele wieviel Sekunden nach dir war ich da zwei ich hab geas... Asphalt war das was ich meinte zwei Sekunden nach dir alter und du hast auch nur weil ich einmal gegen die Wand gefahren bin ich hab ein Lehrer fang halt auch mit wuuuuh das fände ich erst gut am Spiel muss ich sagen was ist das denn Schatzsuche in jedem Resorts von sieben Schatztruhen versteckt gelingt es dir alle zu finden ja das ist halt so ein extra viel Sir ja das war einfach so ein kleiner Gag Gänger oh Samberg müssen mehr Spotter hatten dezent da machen wir... warte ein bisschen ein, zwei, drei da müssen wir alle machen alter wir machen drei Popat oder? 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2 1,2,1,2 oh Golfen der geil doch die Mama ist von ich bin grad schon welchen wir jetzt nichts zu machen alles gut ich glaube ich würde einfach vorschlagen die tun ja immer eine anbietende machen wir einfach weiter die die sie zu anbieten ist ja eigentlich egal welchen wir als nächstes machen ähm ja tun ja immer nach Karte ein rotes Ziel machen machen wir das einfach als nächstes sie sich da hinten zum Beispiel ähm ich fahr das einfach mal hin ich roll mal dahinter ja ich hab's ein bisschen schneller wie ist ne das ist nicht wir sind gleich schnell es macht keinen Unterschied ich schieb halt noch an ich kann mich auch rausrollen lassen schau lass ich mal ausrollen ja du rollst mal dahinter das passt aber eigentlich auch so lästig zu dir hm nix alles gut nein stopp ich glaub hätten da auch gehen muss könnte es sein ne ne ich glaube wir sind hier ah das ging auch richtig ähm doch wir hätten es ist hier irgendwo dann ne alter sick alter schau mal wo ich bin mega ganz sicher wo ich bin vor ne muau Okay, wir müssen eigentlich nur ausweisen. Also, ob man dort nicht lacht, dass es von der Sportart ist. Ich weiß es doch auch nicht. Ich glaube, du hast es noch nie gespielt. Ich habe es noch nie gespielt, im Gegensatz zu dir. Ich habe es noch nie gespielt. Wow. Das heißt, er hat sich die schriftvoller gepasst. Shit. Das ist nicht so angenehm. Wie betreffend muss man einsammeln? Äh, ich weiß es nicht. Ich muss mal gute Reflexe haben. Dann müsstest du eigentlich super Reflexe haben. Ich dachte, ich habe die Scent auf Treffen. Auts. Das ist doch witzig. Ich glaube, du kannst ja gar nichts machen, oder? Ich kann dich abwerfen. Ach, danke. Ach, kein Ding. Das war's. Ja, alle drauf einmal. Ich kann sich aber so das hier. Ja. Siebt sich nur eingetroffen. Eingetroffen, ja. Aber wir feiern alle irgendwie, weil wir es auch nicht gesafft haben. Treffer 9. Ausgewichen. 113. Okay. Sick. So, anscheinend haben wir es beide gerissen. Es sieht so aus, seinbar. Minigolf, jetzt wird's da. Wir werden so reinscheißen, Minigolf, Alter. Also, ich habe das bei V-Sports das Forte mal gespielt damals. Ich weiß nicht, wie mal einmal volle Kahn über den See da geflogen ist. Leute, wenn ihr das Spaß macht und ihr gerne mal V-Sports ein Sort als Let's Play sehen wollt, sagt Beseit, dann machen wir das gerne mal als Let's Play. Dann machen wir das gleich das nächste, oder? Was? Machen wir gleich das nächste, ne? Ja. Man, du musst uns unbedingt auch nochmal Torten vorne sein, oder? Äh, nein, nicht wirklich. Gut. Dann, let's go to the next. Das nächste machen wir noch an dem Part. Wollen wir treten im Part, das ist ganz schön. Erstmal, ich weiß, willst du hinfahren? Ich fahr schon hin, das ist gut. So, das ist einfach mal ein bisschen um. Eigentlich ist die City ganz cool, ne? Wenn du zur Wahl hast, wo du Urlaub machst, wer ist es von den beiden, würdest du eher wählen? City oder das hier? Oder das City oder, ähm, oder dieses See-Resort. Schau, ich sehe. Ich glaube, fast eher auch. Das fackt mich, ob ich in der Stadt nur mit so was rumfahren kann. Ich würde im Winter irgendwie diesen Schnee-Resort, das wäre zick. So, irgendwie Mira darf ja eh mal nix mitmachen, ne? Nach, nach oben, nach, oh Gott, ich hasse das nicht. Das wird witzig. Vor allem, man muss ja keine zwangsweise beenden, um die neuen Bereise freizus halten, weißt du? Ja, klar. Das ist das Gute. Also man kann das machen, weil man Bock hat. Eine Resttheorie des Nähs. Ja, schau mal. Aber ich glaube, das ist ganz cool. Oh Gott. Ich fliege mir rein, ob du mein Sau. Was? Schneid mich nicht. Entschuldigung, das wirst du auch noch so machen. Nein. Wolle. Hast du einen verpasst, ne? Ja. So. Ich habe mich auch nicht gedreht, ich wollte eigentlich mit dem unteren Sternen, das ging dann irgendwie nicht. So, irgendwie, wie, achso. Jawohl. Vorbei, nicht gerissen. Also du musst irgendwie alle gesaufen. Ach, ach, das ist das Minimum. Du bist alle gemacht, oder? Ja. Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, ich wollte es ausprobieren, deswegen habe ich eigentlich nicht gekriegt. Macht ja nichts, ne? Nee, man ist beendet. Okay, Leute. Oh Gott. Ach, man kann ins Hulen gehen und dann erklärt bekommen wir einen Fahrsorgefährt, oder wie? Aber das ist ja eh selbstständig. Wen lockt's. Ähm, ja, der Flug mit dem Hängekleid, der war ganz lustig. Das musst du A drücken. Oh, sorry, ja. Sieht man ja, dass das Wien drunter ist. Eigentlich ist das so viel einfacher, ne? Früher haben wir ja immer die ganzen, anfangs haben wir immer die ganzen Sportarten gesucht und gesucht. Und so ist das eigentlich relativ fleißig mit den, ähm. Und da haben wir uns letztens schon mal freigeschaltet. Hey, wir müssen letztens noch mal freigeschaltet. Also wir haben alles freigeschaltet, aber trotzdem wollen wir uns hier die Sportart einmal anzuhauen. Ähm, ja, klicken wir uns für den Surfstampeln. Das musst du A drücken. Ist wieder eine 2 unten drunter. Die andere Sorte machen wir alles wohl noch. Das war's mit dem Part, liebe Leute. Mit der nächsten Sportart geht's weiter im nächsten Part. Macht's gut, bis dahin. Und ciao! Mm, 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 mm.